Yo, welcome back here beim Kramer-Fan und mit dem Ador aus seinem neuen Pferd. Ich bin unterwegs mit dem Hosea zu dieser weltberühmte Bärenjagd. Spannend was doof mit dem Gehen. Die zwei, die sind immer hier noch lustig im Bubble. Ah, jetzt geht der Kino-Modus an. Und ich kann wieder nichts machen. Ich bin auch zum Zusehen bedammt. Das ist schon eine geile Landschaft hier, kann man hier nicht anders sagen. Ja, gut boi. Ja, gut boi. Ja, boi. Ja, boi. Ja, okay, boi. Ja, gut boi. Ich sollte wirklich zurückgehen, über den Great Plains, sehen Sie über Sean. Es sind die Bounty-Hunters, die haben sie? So Trelawney sagt. Javier und Charles haben sie mit ihnen gegangen, um es herauszufinden. Es ist sehr gefährlich, irgendwo neben Blackwater zu gehen. Genau, aber wenn er alive ist, müssen wir versuchen. Natürlich. Schau mal da. Rappets. Vielleicht sollten wir einen zu fangen. Sure. Try and shoot one. You don't want to use anything too powerful on a small animal like that. Just ruin the meat. Best thing's a bow or a 22-caliber Barment rifle. I have 100 rabbits before, you know. Yes. And obliterated them with a shotgun, if I remember right. So, jetzt muss ich einen Hasen jagen. Und dahin sind schon mal Spuren. Lachen wir da mal hin. Fäde folgen, unbekanntes Tier. Ah, ich nehme mal hier drüber die, hä? Ja, toll. Sind sie fort. Warte, du bist aber ein Kerl. Wo finde ich denn jetzt diese scheiß Spuren wieder? Jetzt war ich zu langsam. Könnt ja erst schon mal hier so ein Büro in die Hand nehmen. Da ohne ist was. Da ohne ist zick zack. Ich habe keinen Plan, wo die Hase hin sind. Da ist einer. Ah, Platte muss. Was ist denn das hier, ne? Ist das auch eine? Das ist auch eine. Und du hast auch eine. Scheiße, der haut ab. Zu Hause alle ab. Na, super. Andi. Hier wieder hin. Gut hingekriegt. Auch die Renne hier einem um die Füße. Die lustigen Häslein. Da ist er. Dann bist du's halt. Wenn du dich vor deinen Kumpel stellst, ist das ja noch besser. Das war ja cool jetzt. So, finde ich jetzt auch noch mal einen anderen Pfeil. Liegt er hier irgendwo? Nee. Gut, dann nehme ich den mal mit hier. Der Rabbit. Der Mr. Rabbit. So, und jetzt muss ich wieder zum Hosea zurück. Ich hoffe immer mal ganz kurz, schnell da hin. Halt Tab gedrückt und das Waffe hat auch so ruhe. Ja, und dann? Ah, feuerstellig aufbau. Okay. Okay. Oh, der Hase. Kann ich doch schon was auswählen? Machen wir doch mal mit Oregano habe ich dabei und Thymian. Und fünf mal Kleinwildfleisch. Machen wir auf jeden Fall einmal mit Sandthymian. Schau mal beim Kochen an, noch mal ein bisschen Gas. Ach, jetzt muss ich das Ding essen, okay. Na, I'm fine. I don't like it. Dann hauen wir mal den Rest mit Oregano. After all there. Jetzt den kann ich lagern. So, dann essen wir noch mal eine geschwind. Hosea ist ganz schön kalt anscheinend. Ich bin mal ein kurzer Hemdschi hier. So, und eine Korma noch. Fällt die Tasche. So, komm, einer geht noch. Einer geht noch. Nehme ich auch mal mit in die Tasche. So, jetzt gucke ich gerade mal durch, was ich eventuell noch machen kann. Nix. Perfekt. Dann wird es wahrscheinlich Zeit zum Schlafen gehen. Well. We better get some rest. I wanna be up at first light to find this monster. Jo, dann leg ich mich bei dich. Jo, bis zum Morgen sind gestohnt. Gutsnächtle. Jo... 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 Wo Sie... Jo... Ja? Ich hab mir einen Moment. Jo... 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 Wir müssen den Barsen legen, um ihn rauszuhren. Barsen wie Fisch, natürlich, aber sie haben auch ein süßes Teufel. Viele Leute, die Barsen, dann schütten sie aus den Trennen. Aber ich mag ihn auf dem Boden, eher gefährlich. Aber wir haben eine viel bessere Chance, um einen guten Schaden zu bekommen. Und wenn er Barsen wird, können wir gleich nach dem Barsen gehen. Kannst du diese Barsen für mich, während ich das fertig bin? Fisch, Barsen. Tie es in die Rage, wenn du fertig bist. Ah, jetzt bin ich hier auch noch offiziell beigebracht, wie das mit den Köderhersteller geht. Also, der starke Raubtierköder. Und was war das noch? Okay, also einmal knabeliges Fischfilet und einmal Brombeeren. Sieht man jetzt leider nicht. So. Äh, weggehen, genau. Woher ich ja ausrede. Ah ja, dann auf dann, Hosea. Los geht's. Oh, das ist die Rosinande. Okay. Das ist die Rosinande. Okay. Wie ist das Hose, dich zu behandeln? So far, so gut. You know, ich war in dieser Region mit Bessie, vor Jahren. Really? Ich wusste das nicht. Ich denke, du sie immer noch missen. Jedoch jeden Tag. Sie haben auch immer gedacht, um rauszukommen? Nein, wir haben kurz gesagt. Du kennst dich nicht? Ich glaube, du war noch jung. Es war nicht lange dauern. Ich bin zurück in die Zeit. Sie wusste, sie wusste, was ich war. Ich erinnere dich nicht zu sein, aber dann warst du die Zeit. Die Wahrheit ist, es gibt nie wirklich einen rauszukommen. Und zu bleiben? Es ist schwer. Du kennst das. Aber Bessie und ich haben es geschafft. Warum? Du denkst, um rauszukommen? Me? Nein, natürlich nicht. Hör, wenn wir Dutcher's Grand Plans funktionieren, und wir können genug Geld machen, um irgendwo neu zu gehen, wirklich neu zu gehen, vielleicht können wir alle einen neuen Start. Auf jeden Fall, wir versuchen, und wir versuchen, einen Bären zu holen. Was die immer zu Quatsch haben hier, das ist echt die Hätte. Schau an die Hände, Dung, Bones, any sign of him. So, jetzt Jagdbiet, legendäre Tier, Adler Auge, oder ist da schon was? Jetzt muss ich hier nach irgendwelchen Spuren suchen. Sieht man den Federabdruck? Ja, ganz schön groß schon. So, und jetzt muss ich hier die Spur finden. Okay, da geht's raus. Da folge ich den ganzen Spaß, Mann. Wo dann steht das Vieh nicht gleich vor mir. So, genau, hier zwischen die Bäumen. So, jetzt ist die Spur weg. Adler Auge, auf jeden Fall ist wieder was. Dann haben wir wieder irgendwas in der Suche. Das war ungefähr, was ist das? Was? So, die Spur führt hier hin. So, die Spur führt hier hin. Direkt vor uns, ist der nächste Hinweis. Wäre gut. Na, was denn auch hier. Wo sind meine Pferde hin? Ach du hier. Ich hatte sie jetzt echt nur tatsächlich kurz verloren. Also, die Pferde hier endet. Na, siehste war ich nicht allein. Ich bin hier eher so für die Köder benutze, um zusammen zu bleiben. Weil ich glaube, ich habe nicht so einen guten Flint dabei wie der hier. Und außerdem ist sie eh auf dem Pferd. Merke ich gerade. So, was legt den großen Köder in der Nähe der Steine aus? Wo sind wir dann? Hier oder wie? Noch ein Stückchen weiter. Also, da vorne an dem. Muss ich hier irgendwo Halte B gedrückt, um die Tasche zu öffnen. Starker Raubtierköder. Ja, jetzt warte mal. So, wo muss ich jetzt hin? Bei ihnen hier. Na, da gehe ich auch mal in den Köder. Eine Waffe wäre vielleicht mal nicht. Super, ich habe nur ein Messer und hier mal ein Kettleman-Revolver dabei. Hey, das Bait war okay für dich? Ich denke so. Du bist der Experte. Bereit mit deinem Schmack da? Ich bin gut. Du bist okay? Du fühlst mich nervös. So bist du. Ich bin gut. Wir schauen uns das Bait. Klar. Komm mal. Sie haben gerade gesagt es, Jose. Ich weiß, aber wir müssen das richtig machen. Gib mir eine Hand hier. Du hast deine Knife? Shit. Easy. Nein. Es ist zu kurz. Gib dich zu Jose. Wo ist denn der? Der war doch eben noch neben mir. Wo ist denn der? Der war doch eben noch neben mir. Wo ist denn der? Danke. Ich denke. Das war lustig. Du wißt du, Arthur Morgan? Ich bin ein bisschen alt. Ich bin ein bisschen alt. Ich bin nach dem größten Spiel. Du kannst das. Was ist das? Es ist ein Bild. Ein Mann in eine Bar hat es mir gegeben. Ich habe es von ihm, aber das ist eine andere Geschichte. Er hat gesagt, es hat ihm gesagt, woher zu finden, einige wirklich große Tiere zu finden. Danke. Es ist ein Pferd. Du hast mein Leben saved, Arthur. Ich glaube, ich gehe zurück zum Camp, um meine Wände zu verletzen. Kommst du? Oder wirst du diesen Monster tracken? Ich komme mit dir. 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 Aber das ist wahrscheinlich nur Teil dieser Story hier. Sorry. Das ist Teil dieser Story hier, die ich hier spiele. Ach, jetzt sind wir wieder zurück in unserem Camp. Ich komme mit dir. Wir müssen da sein, die Geld machen. Wir waren nur mit einem Schaden. Er braucht es nicht, dass er ein großer Führer ist. Na gut, Arthur. Ich habe wahrscheinlich einen. Ich habe dich einen. Ich muss mich auf die Emerald Ranch schnell gehen. Ich komme mit dir. Ich komme mit dir. See you later. So, Mission abgeschlossen. Sieht aus wie eine Bronze-Medaille nur. Was habe ich dann doch wieder vergeigt. Spüre den Bären innerhalb von 1 Minute und 3 Sekunden auf. Hat nicht geklappt. Schieße mindestens sechsmal auf den Bären. Also ich hätte gedacht, ich hätte öfters drauf geschossen. Aber wahrscheinlich nur in dieser Dead Eye Phase. Schließe die Mission innerhalb von 12 Minuten ab. Also, naja. Dann haben wir mal eine Bronze-Medaille. Ich bin aber jetzt nicht da drauf erpicht. ähm, das noch einmal zu spiele. Äh, war doch ein bisschen sehr schreckhaft, die ganze Aktion. So. Jetzt stand auch irgendwas von Pferde im Stall. Und hier in Valentine steht ein Pferd drin. Ich hoffe, dass das jetzt das ist, was ich vorhin da einfach abgenommen hab, äh, kriegt hab, mein Gefleckte da. Aber das und vieles andere erkunde mir in der nächsten Folge von Red Dead Redemption. Wenn's wieder heißt, Kramer, Fanspiel, Cowboy und Indianer. Bis dahin, vielen Dank fürs Zusehen, macht's gut, ciao, ciao.